Hier gibt es jetzt eine kleine Privatvorstellung von der Mausi und die Mausi, das ist eine ganz liebe kleine, das ist eine Mini-Multipu-Hündin und Mini heißt, dass die wirklich vermutlich sogar unter drei Kilo stehen bleibt. Die hat jetzt schon das normale Abgabealter, 900 Gramm und greift sie auch wie eine Feder. Im Video wirken die Hunde immer größer, wie sie in Wirklichkeit sind, aber das ist nur ein Fö, ein Haufen, Wuschel, Wuschel und nichts drunter. Wenn wir den Hund jetzt nass machen, dann schmützt er wie ein Schneeball und überall bleibt ein ganz kleines Hund, eine ganz kleine Mausi wie ein Haapster. Dann können wir noch winken und sagen zum Fraulein Tschüss, wir sehen uns bald, Baba.